Jo, willkommen beim neuen Part von Pokémon Pearl. In diesem Part schauen wir uns an, was Team Galactic hier in diesem Gebäude zu schaffen hat. Team Galactic Gebäude, wie genau. Wir wollen deine Pokémon! Okay, dann geben wir mal denen unsere Pokémon. Aber zunächst müssen wir hier vorbei. Zum Glück haben wir jetzt den Zerschneider und können die Busche zerschneiden. So, ich rieche Items. Hier gibt es bestimmt ein paar Items. Zerschneiderbusch, okay. Da ist bestimmt ein Digitem. Da bin ich mir ziemlich sicher. Darauf verwerte ich mein Haspiror, was gerade Zerschneider benutzt. Ist bestimmt eine TM. TM, 46, Raub. Alles klar. Okay, gibt es hier sonst doch irgendwas? Ein paar Versteckte vielleicht? Hier... Sieht schlecht aus. Ja, ich glaube, das reicht auch. Ich glaube, da ist auch nicht mehr da. Guten Tag. Team Galactic ist nicht an die Welt interessiert, sondern an den Sternen. Na gut, dann baut euch eine Raumsonde und fliegt zu den Sternen. Am besten zur nächsten Sonne. Dann seid ihr bei den Sternen. Wir kommen bei Team Galactic. Willst du deine Pokémon spenden? Was? Nicht? Dann verlasse bitte sofort unser Grundstück. Äh, du willst doch nicht, dass dir das Gleiche passiert wie dem Besitzer des Fahrradladens? Ach, was habt ihr denn mit dem gemacht? Na gut, dann gehen wir in den ersten Stock jetzt. Okay, sie fordern uns raus. Wir sammeln Pokémon für ein erstaunliches Unterfangen. Deine Einmischung wird nicht toleriert. Entschuldige, aber Team Galactic nimmt keine Kinder auf. Oh, das ist aber enttäuschend. Ich wollte schon mein ganzes Leben lang für Team Galactic arbeiten. Nein, natürlich nicht. Ach, Wumpel. Keine Wumpels normal, ey. Wumpels sind so schwach. Also gut, dann... Oh Gott, es sind so schwache Pokémon. Bedrohe von Kampffalke vermittelt Angriff von Wumpel. Super. Also gut, Flügelschlag auf Wumpel und Blubber auf beide Gegner. Falls Wumpel noch leben sollte, was ich nicht vermute. Gut, Wumpel ist tot. War auch zu erwarten. Und jetzt kommt der Blubber von Waterloo. Mach's zu wenig. Oh Gott. Ich bin enttäuscht von dir. Das ist nur ein schwaches Zubat. Panelcon. Die Entwicklung von Wumpel. Also gut, Flügelschlag auf Panelcon. Ich mach's mit der Maus, sonst vertippe ich mich wieder. Und... Ich probier's mal mit... Metallklaue. Ne, Metallklaue ist nicht effektiv. Ähm... Aber vielleicht ist sie ein bisschen stark. Ach, ne. Ich glaub nicht. Äh, Schnabel auf Zubat. Okay, Panelcon hat sich erledigt. Ich hätt mich auch sehr gewundert, wenn ich's überlebt hätte. Und Schnabel! Ja, die Attacke ist nicht so besonders stark. Deswegen hat sie nicht so viel abgezogen, aber immer noch mehr als der Blubber. Gut, ruckzuckieb auf Zubat und wenn du noch leben solltest, Schnabel auf Zubat. Okay, jetzt wird die Attacke von Kribrin daneben gehen. Oder sie trifft jetzt vielleicht den nächsten Gegner, der jetzt kommt. Ja, die geht daneben, genau. Charmian. Eines der Pokermann, das wir brauchen. Für unser Team. Später. Aber Charmian selbst kommt nicht ins Team. So, Metallklaue und Flügel-Schlag. Es war sogar ein One-Hit-Kill. Bei mir ist es ein bisschen leise. Ich mach mal ein bisschen lauter bei mir. Moment. Moment. Es ist ein bisschen halt, die Musik, aber egal. Ach, Moment. Ich mach's doch ein bisschen leiser. Ääääh. So, 6 ist okay. Okay. Ähm. Hier sind drei NPCs. Wir schauen wohl gerade meine Let's Plays an. Gut, ich lade gleich ein neues Video hoch. Wartet, wartet. Gleich werden die reagieren und es in ihren Abo-Boxen sehen. Team Galactic arbeitet hart an Energiequellen für die Zukunft. Unsere Zielvorgaben sind unfassbar. So unfassbar, dass ich sie nicht verstehe. Ich verteidige sie trotzdem mit blindem Gehorsam. Und dir wird nichts verziehen. Und das heißt auf Deutsch was? Ja. Wompels, die neuen Carpadors in der Pearl Edition. So schwach. Gut, viel Beschlag. Am liebsten würde ich das zum Singen anfangen, aber ich hab's mir ja abgewohnt. Während der Let's Play Pause. Ansonsten würde ich hier jetzt ein Orchester singen. Zu dieser Musik. Ein Zubat. Super. Was für spannende Pokémon. Ich würde mir ein Golbert freuen. Oder wünschen. Und ich würde mich freuen über ein Golbert. Aber nein. Zubat. Golbert sind ja noch zu stark. Wir haben ja gerade mal unseren zweiten Orden. Oh. Okay. Das war's auch schon für diesen schwachen Trainer. Würfer kämpfe ich nochmal. Für irgendeine Blaupause, glaube ich. Ich weiß auch nicht. So. Sehen wir mal, wie gut dieses Pokémon ist. Ich habe es einen Trainer steh jetzt. Los. Dann kann es nicht gut sein. Da es nicht dein Pokémon ist. Schaloko. Die andere Form von der Entwicklung von Waumpel. Dieses Pokémon wird zu Papinella. Einem Schmetterlings-Pokémon. Ähnlich wie Snappo. Also gut. Kampf. Flügelschlag. Und das müsste schon gegessen sein. Höh. Versteht ihr? Gegessen. Weil Vögel fressen ja Insekten. Deswegen gegessen sein. Wenn ihr versteht. Ja. Was soll das denn? Naja. Ich habe dein Pokémon mit Flügelschlag geboren. Hättet. Das ist passiert. So. Der nächste, der auf YouTube gerade Videos schaut. Wir forschen an neuen Energieformen. Wir wollen uns die mysteriöse Kraft der Pokémon aneignen. Und als... Ah, das gespart. Energiequelle nutzen. Ja, das sagt ihr bereits schon tausendmal. Gut. Nächstes Stockwerk. Ja. Erinnert mich ein bisschen an den Radioturm aus der Kristall-Edition. Oh, vielen Dank. Wir lieben es, wenn Leute uns ihre Pokémon spenden. Ja, ja. Gerne. Nimmt sie ruhig. Ich will diese scheiß Viecher nicht mehr. Ganz besonders dieses... Wie heißt das? Pokémon Entertainment. Ah. Sieht aus wie diese Ente da bei Five Nights at Freddy's. Da kriege ich immer Angst, wenn ich Entertainment sehe. Gut. Ähm. Flügelschlag. Müsste wieder Warned Kill werden. So, schwache Pokémon. Habt ihr noch bessere Pokémon? Garathos zum Beispiel. Oder Mewtwo. Oder Arzals. Schaloko. Schaloko. Die Entwicklung. Die Entwicklung. Schaloko. Warned Kill. Sie wollen also die Galaxis mit Käfer einnehmen. Können. Wenn sie mit ihren Käfer-Pokémon weiter versuchen, den Trennen ihrer Pokémon abzuluxen, dann... ...wird es wahrscheinlich nichts Großes werden mit der Eroberung des Universums. Zuwärts. Auch wieder so ein Lamer Gegner. Nur mit Level 12. Langweilig. Gibt es ein Level Up? Nein, leider nichts. Was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Na ja, ich tötte deine drei Pokémon und raube dir dein Geld. Mehr auch nicht. So, Pokémon. Unser Schwächstes ist Frau Löwe und Waterloo. Die drei zählen nicht dazu. Entertainment habe ich übrigens falsch geschrieben. Ich glaube, da fehlt mir ein Buchstabe. Ente...tei...egal. Nicht so wichtig. Ich setze jetzt mal Frau Löwe an die erste Position. Und der nächste Trainer. Gewöhnliche Leute wie du verstehen einfach nicht die größeren Ziele von uns. Von Team Galactic. Ehrlich gesagt, ich habe auch keine Ahnung, was das Ganze soll. Ja, bist du so ein rangnietiges Mitglied, was nicht so wirklich die ganzen Pläne ist. Und die Fragen, die Operationen ausführen. Das ist unsere Aufgabe. Alles für die neue Weltordnung, die unser Boss einleiten wird. Ah, normale Musik. Normale Trainermusik. Ist ja keiner von Team Galactic, sondern nur ein Forscher. Oh, Kadabra. Die Entwickler haben wohl ein bisschen... Ja, ein bisschen jetzt an Stärke zugenommen. Oder haben das Spiel ein bisschen schwieriger machen wollen jetzt auf einmal. Und gewöhnliche Trainer sind stärker als Team Galactic-Fuzzis. Warum nehmen dann Team Galactic-Fuzzis, die schwächigen Trainer, den stärkeren Trainer in ihren Pukkaban ab? Ich check's nicht. Bis ich das verstehe, ist das Kadabro schon down. Und Level Up für Waterloo, Level 22. KP63, Angriffswert im Vergleich zum Spezialangriff ein bisschen niedrig. Und Verteidigung im Vergleich zur Spezialverteilung auch niedriger. Also eher auf Spezialwerte angesetzen, die Werte von Waterloo. Damit kommst du nicht davon. Tu ich doch schon. Ich geh jetzt zu eurem Boss und das willst du dagegen tun? Hallo, ihr bleibt stehen. Ah, warte, ich kann mich nicht bewegen. Ah, du kannst dich nicht bewegen. Also, sieh gut zu, wie ich zu deinem Boss gehe. Nein. Hallo, ihr da. Wie geht's euch? So, ich stehe zwischen euch. So, du darfst die Brause jetzt küssen, wenn du willst. Was ist das? Knapp. Ist das ein Pipi? Pipi. Was hat Team Galactic nur vor? Warum stehen sie unsere Pokémon? Was wollen sie damit erreichen? Ganz einfach. Sie haben selber keine. Und, äh, wir wollen halt auch ein paar andere neue Pokémon in ihrer Sammlung haben. Brauchtest du etwas? Ach, wieso? Frage ich so dumm. Du wirst die Pokémon befreien. Natürlich. Ja klar. Als ob ich das erlaufen würde. Oh, Vorstand. Komm, oh, Jupiter. Mann, Frau, unerkennbar. Ich glaub, Frau. Sie hat weibliches Pokémon, daher bestimmt Frau. Zubat, Level 18. Schwach. Wär es ein Golbert wäre es noch okay, aber es ist ein Zubat. Level 18. Das kriege ich mit einem Funken Sprung klein. Und das war's auch schon. Was für ein leichter Gegner. Scantank. Ein größerer Gegner. Die Entwicklung von Scankapu, glaub ich. Ein Gift- und Unlicht-Pokémon. Da muss ich taktieren, denn Scantank ist stark. Ich nehm Mortalu. Aha. Sieht aus wie ein Stinktier. Ist es auch. Alles klar. Blubber ist schwach. Metallklaue hat einen Angriff. Also ist eine Angriffsattacke. Und Schnabel auch. Wobei ein Pokémon spielt auf Spezialangriff. Blubber ist ein bisschen schwach. Da ist aber Step drauf. Und es ist ein Spezialangriff. Das heißt, ich greife an mit Blubber. Nachtheap. Eine Spezialattacke. Oder Spezialangriff. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ist da Step drauf. Auf Nachtheap war es Scantank. Ein Unlicht-Pokémon. Oh Gott. Das zieht dir gar nichts ab. Verdammt, ich probiere es mal mit Geduld. Rauchwolke. Das ist nicht gut für meine Genauigkeit. Bitte greife es an. Greif doch mal an. Na los. Greif an. Am besten Nachtzieht oder sowas. Nicht Verteidigung senken. Angreifen. Ich habe Geduld benutzt. Wenn ich Geduld benutze, musst du angreifen. Ja, jetzt muss ich es austauschen. Ah, sobald es killt er ist. Super. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Keine Panik. Keine Panik. Du hast noch zwei Pokémon. Kampfwecke wird es schon erledigen. Oder regeln. Ah, jetzt senkt er einen Angriffswert wegen Bedroher der Fähigkeit von meinem Pokémon. So, Flügelschlag. Jetzt senkt er meine Genauigkeit erneut. Scheiße, dass mein Pokémon kein Aeoras hat, denn Aeoras trifft immer. Aber dieses, diese Attacke lernt unsere Pokémon erst später. Nein! Gebt Wolke! Mein Pokémon ist vergiftet. Warum hast du das gemacht? Ich meine, es hat dich ein bisschen, äh, Schmerzen erleiden lassen, aber sonst auch nichts. Was ist das jetzt? Eine Berg oder wie? Ja. Zito-Bäre. Okay. Ah, Nachthieb nochmal. Zieh nicht so viel ab. Oh. Und das Gift nochmal. Verdammt. Flügelschlag. Na los, treff. Jawohl. Er lebt aber noch. Oh Gott. Oh, ho, 3 Kp. Okay, das war's. So, jetzt kann uns nur noch unser Lux3 helfen. Los, Lux3! Mach es am besten ganz schnell. So schnell wie es geht, ja? Und zwar mit Funkensprung. Jawohl, Flinkklaue. Sehr schön. Puh, dieses Gun Tank war so stark wie alle gegnerischen Pokémon insgesamt in diesem Gebäude. Okay, Level Up für Frau Löwe. Ein Kind zu unterlegen. Meine Arglosigkeit wurde knallhart bestraft. Hui, du bist ganz schön zäh. Macht aber nichts. Unsere Untersuchung der Pokémon-Statue ist beendet. Mars hat die Energie des Windkraftwerks gespeichert. Wir sind hier fertig, aber eine Sache verrate ich dir. Unser Boss erforscht die alten Pokémon-Mythologien. Mit der Macht des mysteriösen Pokémons wird er ganz Sinn überherrschen. Also komm, Team Galaktik, nie wieder in die Quere, klar? Das ist meine letzte Warnung. Ja, ja, schon kapiert. Ich habe mein Pipi zurück. Und das ist allein dein Verdienst. Aber dieses Team Galaktik. Sie haben gesagt, Pipi kommt aus dem Weltraum. Her damit. Was für eine krude Logik. Ich habe das Wort krude übrigens noch nie gehört. Krude Logik. Als kämen sie selbst aus dem Weltraum. Jedenfalls sind sie jetzt weg. Vielen Dank. Schau doch in meinem Fahrradgeschäft vorbei. Wenn du in der Nähe bist, ja? Ja, vielleicht. Und alle sind weg. Gut, dann schauen wir uns nach. Vielleicht bekommen wir ja ein Fahrrad und können dadurch auf dem Fahrradweg zurück nach Erzelingen gehen und dann nach Herzhofen gehen. Denn dort wartet unser dritter Ordner auf uns. Ach ja, übrigens Aufnahmezeit ist 17.28 Uhr. Deswegen auch eine kleine Dämmerung im Hintergrund. So, aber erstmal Pokémon heilen. Zwei unserer Team-Pokémon sind kampfunfähig. Okay, wir nehmen deine Pokémon in meine Obhut, ja. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Ah, kommt wieder vorbei. Ja, ja. Meinetwegen. Ich komme vorbei, wenn es erforderlich ist. So, hier ist das Radgeschäft. So, danke, dass du mich gerettet hast. Lass mich dir etwas schenken. Das aller neueste Fahrradmodell. Bitte nimm es, ich bestehe darauf. Dass man in jedem Pokémon-Spiel ein Fahrrad geschenkt bekommt, finde ich schon erstaunlich. Wenn das in Realität so wäre, dann würde jeder mit seinem Fahrrad rumflitzen, glaube ich. Es ist das neueste Modell. Ich lese dir die Gebrauchsanweisung vor. Als ob ich nicht wüsste, wie man ein Fahrrad fährt. Naja. Drücke den B-Knopf, um die Gänge zu wechseln. Im ersten Gang bist du nicht schnell. Aber dafür hast du alles unter Kontrolle. Okay. Im zweiten Gang ist die Steuerung schwieriger, aber du bist sehr schnell. Alles klar. Gut, zunächst werde ich das Fahrrad auf Select legen, damit wir schnell darauf zugreifen können. Okay, gut. Das ist jetzt auf Select markiert. Jetzt muss ich einfach nur Select drücken und dann bin ich auf mein Fahrrad. Gut, ich werde mal den Modus wechseln. Das ist der schnelle Modus, glaube ich. Ja, das scheint der schnelle Modus zu sein. Und das ist der langsame Modus. Damit ist man so schnell wie bei den Turbodretern, glaube ich. Naja. Gut, dann gehen wir zurück nach Erzelingen. Über den Radweg. Und zwar... Ha, ihr könnt mich jetzt kalt am Arsch lecken. Ich habe ein Fahrrad. Schaut es euch an. Moment. Karin, dies ist wieder der rechte Zeitpunkt, noch der rechte Ort dafür. Dann ist es eben der linke Zeitpunkt und der linke Ort dafür. Okay. So, was steht hier auf dem Schild? Ewigenaue Route 206. Ja, auf nach Erzelingen. Und niemals wird sich mir in den Weg stellen. Verdammt. Hi. Mach's das Fahrradfahren Spaß? Ja, es geht so. Es geht so. Hab schon ein besseres erlebt. Axel. Staravier. Oh. Endlich mal ein starkes Pokémon. Endlich mal eine Entwicklung. Endlich haben sich die Entwickler mal getraut, ein paar Entwicklungen reinzubringen. Ich bin begeistert. Okay, äh, vielleicht ist Onbar mit Funken-Sprung. Ha, er ist schneller, aber das liegt auch daran, dass er Ruckzucki benutzt hat. Irgendwie langweilig, dieser Kampf. Ich meine, ich werde hier dieses Pokémon einfach runhitten, bla 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 und so, ne? Naja. Diese ganze Part ist eigentlich nicht besonders beerauschen. Bis auf den Kampf gegen Skuntank, das wäre interessant. Aber sonst sind es eher uninteressante Kämpfe, die wir locker flockig bestehen. So, der nächste Trainer. Das war ein gutes Training. Ich fühle mich großartig. Lass uns kämpfen. Wenn es denn sein muss. Maya, Maya. Wie eine Maya. Mit einem Schein-Nux. Gut, ähm, ich greife es an, bis, bis es, äh, die einzige Attacke, die, ja, die noch stark genug ist, um dieses Schein-Nux zu killen. Funken-Sprung ist eher nicht so schlau, weil Schein-Nux ein Elektro-Pokémon ist und mein Pokémon ist paralysiert, verdammt. Na warte, jetzt ist mein Pokémon langsamer, weil es paralysiert ist. Ich muss ein Paraheiler jetzt benutzen. Am besten jetzt noch nach dem Kampf gleich. Gut, dass der Kampf vorbei ist. Denn jetzt kann ich mein Pokémon heilen. Alles klar, ähm, Medizin, Medizin ist dort, Paraheiler hier, okay. Und die Paralyse ist jetzt weg. Und der nächste Trainer. Hey, pass auf, wo du hinfährst, oder willst du mich herausfordern? Sowohl als auch. Ich pass auf, wo ich hinfahre, und ich will dich herausfordern. Ein Ponyta. Oh, es schmerzt mich wieder, dieses Ponyta zu killen. Alles klar, ähm, anderes Wettsägen von Ponyta. Ich greife es ganz sanft an, mit Funken-Sprung. Aber nur ganz, ganz sanft, ja, nicht so stark, sondern ganz, ganz leicht. Ich stupse es am besten nur ganz leicht an. Genau, das war sanft. Ja, das war gar nicht sanft. Mensch, nein, das war überhaupt nicht sanft. Was machst du denn? Ich sagte sanft, das machst du. Pam. Fast ein Wort nicht, pam, paralysiert. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Kein Respekt vor Ponyta. Meine Bemühungen waren nicht vom Erfolg gekrönt. Nächster Trainer. Nächster Trainer. Oh, da unten sind aber viele Trainer. Junge, Junge. Du und ich, wir fahren beide Rad. Was du nicht sagst. Und du hast Pokémon. Ich will nicht gegen dich verlieren. Warum kämpfst du dagegen mich, wenn du nicht verlieren willst? Diese Logik. Starre Lily. Und warum kämpfst du mit Flug-Pokémon gegen ein Elektro-Pokémon? Das ist die größte Failed-Trainerin, die ich je gesehen habe. Vielleicht, weil sie auch eine Blondine ist. Oder ist das eine Blondine gewesen? Ich weiß gar nicht. Ich habe nicht so darauf geachtet, aber ich schätze schon. Funkeinsprung. Oh, nütz. Nächstes Pokémon. Na los, zeig mir dein nächstes Pokémon. Wahrscheinlich wieder ein Starre Lily oder ein Beelitzer. Oh, noch ein Ponita. Okay, wieder ganz sanft angreifen, ja? Ganz, ganz leicht. Ganz, ganz leicht, ja? Dieses Mal. Und nicht paralysieren. Ganz, ganz leicht. Gleich wie dieses Pokémon wieder ganz leicht an. Am besten nur ganz leicht antippsen. Ja, leicht war es zwar nicht, aber der Level-Unterschied hat es gerade ausgemacht. Das ist gerade ein One-It-Killer. Und Level 23 für Waterloo. Oh weh. Da bin ich wohl vom Fahrrad gefallen. Ja, das sieht so aus. Noch ein Trainer. Dein Fahrrad hat eine Ganggestaltung, oder? Lass mal sehen, ob du es vernünftig fahren kannst. Natürlich kann ich es vernünftig fahren, sonst wäre ich ja gar nicht hier. Ansonsten würde ich ja immer noch in der Stadt versauen. Und mein Fahrrad reparieren, oder so, und Zeug. Noch ein Starre-Lili. Ein aufteilschwache Trainer hier, bis auf Saturn, glaube ich, hieß die Trainerin. Ich weiß auch nicht. Irgend so ein Planetenname. Funkensprung, One-It. Nächstes Viech. Ich gebe es zu, anfangs ist das Spiel nicht besonders berauschend, aber je weiter man in diesem Spiel voranschreitet, desto spannender wird das Spiel. Aber anfangs ist es noch ziemlich langweilig, das Ganze. Aber das ist ja üblich für Pokémon-Spiele. Was? Brüller. Brüller, Brüller, Brüller. Brüller. Ich schaue mal in meinem Attacken-Hoof-Set drin, weil ich glaube, Brüller ist eine Attacke. Moment. Oh, mir ist gerade eingefallen, dass ich gar keine Attacken für meinen Pokémon geschrieben habe. Brüller steht, glaube ich, soweit ich weiß. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Brüller drin habe. Ich bringe jetzt mein Brüller bei sich jetzt halber. Silberblick habe ich auf jeden Fall nicht in meinem Move-Set. Dann ist es Attacke drin, weil Silberblick nicht so besonders stark ist. Und eine Entwicklung. Wieder eine Entwicklung. Wow. Die Entwickler trauen sich jetzt endlich. Yippie. Und Angriff sinkt von meinem Pokémon wegen Bedrohung. Egal, Funken-Sprungreich. Trotzdem, da die Attacke sehr effektiv ist. Verdammt. Oh, 11 KP hast du nur noch. Ich muss dich, glaube ich, jetzt heilen. Habe ich ein paar Tränke dabei? Ich muss schauen. Nach dem Kampf hätte ich mein Pokémon mit einem Trank heilen. Aber vielleicht erreichen wir ja gleich Erzählingen. Oder Herzhofen. Je nachdem. Na, hier ist noch ein Trainer. Da ist noch eine. Ich lasse die jetzt mal. Oh, verdammt. Da ist noch einer. Okay, aber es sind noch drei Trainer. Insgesamt da unten sehe ich. Ist schon ein Ausgang. Ja, ich glaube, den müssten wir noch schaffen ohne einen Trank. Biker Katharina. Oh, sie hat einen Pikachu. Ein Elektro-Pokémon. Wie man sicherlich weiß. Pikachu, das berühmteste aller Pokémon. Oder das bekannteste, sagen wir es mal so. Ähm, bis. Und da war nicht einmal ein Step drauf. Na, das war's schon. Boah, wie erbärmlich. Gut, nächste Trainerin, bitte. Ich gehe jetzt von oben rein. Solange dir die Energie nicht ausgeht, kannst du mit dem Fahrrad überall hin. Ja, das stimmt. So, Arne. Die Arme. Sie muss gegen mich kämpfen. Die arme Arne. Ah, sie hat einen Zubat. Was für eine Arme. Arme Arne. Funken-Sprung. One-Hit-Kill. Was muss ich dazu noch sagen? Okay, das war's auch schon für ihr Zubat. Was kommt als nächstes? Nichts mehr. Nur ein Zubat. Boah. Lauter schwache Training in diesem Part. Bis auf die, äh, von Team Galactic. Die Anführerin. Manche Menschen finden heraus, wer schneller ist. Andere vergleichen ihre Technik. Zu welchen gehörst du? Was, ich hab noch nicht so gehört. Ich war gar nicht, äh, so aufmerksam. Rachel oder Rachel? Rachel! So, ähm. Weniger vor Autos laufen, würde ich sagen, ne? Rachel. So, Biss-Attacke. Und das nächste ist, äh, noch ein Schein-Ox. Ne, im lauter Basis-Pokémon hier. Was ist hier los? Nur schwache Viecher. Schräg-Pokémon. Biss-Attacke. Du bist ein schneller Techniker. Okay, ich glaub, das war's auch für diese Route. Bis auf, dass wir unten noch schauen müssen, was es hier für Träne gibt. Wenn du weißt, wie man die Gänge wechselt, kommst du überall hin. Ja. Wenn du weißt, wie man die Gänge wechselt, kommst du überall hin. Ja. Wenn du weißt, wie man die Gänge wechselt, kommst du überall hin. Ja. Wenn du weißt, wie man die Gänge wechselt, kommst du überall hin. Ja. Was wäre ein Fahrrad ohne Schmuck? Ja. Du brauchst eine Fahne. Das ist ein Pokémon-Accessoire. Ja. Gut. Finden wir auch noch was Sinnvolles hier auf dieser Route? Oh, Bären. Bären sind auf jeden Fall sinnvoll. Amrenerbären. Ne, Amrenerbären sind es nicht. Prisivbären. Prisivbären? Ich weiß es nicht. Himibeäre. Okay, ich lag total falsch. Dann enden wir mal diese zwei Himibeären. Oder nur eine Himibeäre. Hast du eine Himibeäre? Geizkragen! Ich will mehr! Na gut, dann eben nur eine Himibeäre. Gut, hier können wir... ...den Zerschneider einsetzen, um zu dem Ort zu gelangen, wo die ganzen Träner sind, die sich unterhalb des Radwegs befinden. Aber zunächst gehe ich zurück nach Erzelingen und dann schauen wir uns... Oh Gott, was will die denn jetzt? Hi Kevin, wie kommst du mit deinem Poké-X voran? Ach, irgendetwas zwischen Fantastisch und hoffnungslos. Aber um mich geht es gar nicht. Ich habe hier etwas Schönes um dich, für dich. Rechts oder links? Bin ich rechtsradikal, linksradikal oder... Zufall! Verdammt, ich bin rechtsradikal. Okay, ich bin rechtsradikal, Leute. Jetzt würdet ihr mich hassen. Ähm, verstehe, du willst den Kampffahnder. Ich bin bei allen Druckerhöhren. Du weißt eben, worauf es ankommt. Ach übrigens, bei beiden Händen befindet sich der Kampffahnder. Also, es spielt keine Rolle, welche Hand ihr nehmt. Item Radar. Das Item Radar zeigt dir unsichtbare Items. Du sollst das Item Radar oft benutzen. Du erfährst dadurch, ob ein Item auf dem Boden liegt, das du nicht sehen kannst. Besonders in dunklen Höhlen ist das ein echter Vorteil. Wir sollten jetzt aber am Pokédex weiterarbeiten. Professor Aibe zählt schließlich auf uns. Ja, das zeige ich euch gleich am Ende des Parts. Ich gehe noch schnell ins Pokémon Center und dann zeige ich euch das Item Radar. So, hier. Dann müssten wir hier jetzt in erster Linie ankommen. Wir kommen ja hier jetzt wieder hoch, weil wir unser Fahrrad haben. Denn ohne das Fahrrad müssen wir jetzt wieder den ganzen Weg zurück nach Illigenau laufen. Und das ist nicht so schön. Danke, deine Pokédexin wieder topf wird. Wir kommen jede Zeit wieder vorbei. Ja, ja. Was wie immer. Gut, dann steigen wir mal auf unser neues Fahrrad und... Gehen zurück. Na, zu dieser Rute halt, ne? Na, komm schon. Na, stell dich mir nicht in den Weg, bitte. Also geht doch. Sehr schön. So, ähm, dann benutze ich hier den Zerschneider und dann schauen wir uns nach, was sich hier alles verbirgt. Aber erst im nächsten Part. Und ich glaube, hier fangen wir sogar eins unserer neuen Team Pokémon. Und jetzt zeige ich euch noch das Item Radar und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also, bis zum nächsten Part. Ciao. So, ich zeige euch jetzt das Item Radar noch, zusätzlich noch am Ende des Bads. Das ist hier. Und zwar kann man hier, wenn ich jetzt hier zum Beispiel rumlaufe und hier befindet sich ein Item. Dann wird es hier ungefähr angezeigt. Na, wo ist denn hier ein Item zum Beispiel? Ich hoffe, es taucht hier jetzt kein Pokémon auf, weil ich laufe jetzt gerade aus. Naja, auf jeden Fall, wenn hier ein Item angezeigt wird, dann blinkt es hier quasi an der Stelle. Und dann, diese Striche sind vergleichbar mit Schritten. Und wenn hier zum Beispiel Item wäre, quasi hier, dann müsste ich jetzt 1, 2, 3, 4 Schritte nach links laufen und 2 nach oben. Und dann wäre ich hier vor dem Item oder auf dem Item drauf. Und dann kann man es einsammeln. Also, dieses Radar zeigt quasi die Items an. Ja, das Item Radar. Also, dann auch noch bis zum nächsten Part. Macht's gut, euer RKIP. Ciao.